So, Philipp der Mongo ist dabei, Harry ist dabei, Banshee ist dabei, Wuschi dabei, Darkgang und natürlich ich. Ich finde eine der geilsten Sniper-Maps überhaupt. Ja, deswegen wollte ich hier. Dass die Silenced AWP echt so ein bisschen overpowered, aber egal. Wuschi, 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 Wuschi! Oh, direkt mal die Schrotze nehmen, Alter. Also Wuschi ist eigentlich immer noch der Sniper oder nicht mehr? Ja. War noch eine Schotker? Ja. Hallo. Ich auch nicht. Oh, jetzt habe ich sie. Aber nicht die Autos und die Pumpe. Das wäre einfach so geil, wenn man sich hier einfach so reinsetzen könnte, so. Was? Ja, so in die Autos, guck mal. Ach so. Jetzt habe ich sie auch, eigentlich. Ungefähr so. Lol. Ich bin gerade eingeschossen. Alter. Wer schießt da, wer schießt da auf mich? Darkgang! Laber doch nicht, man. Laber doch auf der Poltex! Friss die Kugel, man! Mann! Wuschi, dass du mir echt leider dich angeschossen hast. Aber Wuschi, wie viele Leben hast du noch? Ähm, ich habe noch 30. Ich habe noch 30. Ich habe noch 30. Ich habe noch 30. Seit Memphis. Oh, der Harry war das glaub ich so. Wer versteckt das denn dahinter der Rakete? Mach auch ne Scheiß! So, der kann ich mir da. Oh, 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 das dauert immer so lange bis zum Aktualisieren. Pfff. Also du weißt, wo, ich muss dich jetzt auf jeden Fall rumbringen, ne? Ja! Radar ja, das unten. Wie lange dauert das gerade? Da bitte. Wo bist du? Das muss ich wirklich lauten, eine dunkle Weile wegmachen. ja ihr könnt mal hochkommen das sind Pitsen ok, 3 das ist toll ok 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 was war denn das gerade mit dem auto alter wie hast du das gemacht mit der rakete wie kann man das alles im traiter rum unten machen oder was ja danke wuschig du hast mich da mal umgebracht ich war die ganze zeit hinter hier man kann ja mit alt hier so wie ein counter straight hier und dann langsam laufen und dann kommt das auto und überfährt mich einfach mega geil das war schon ziemlich cool mega witzig auf jeden fall okay ich hab die wahl zwischen der shotgun und das live auf dieser land naja ich muss auch gerade nach einer shotgun das ist schwierig es bleibt lieber oh mein gott ich hab diesen komischen radio wieder die automatisch du hast auch diesen komischen Prozent nicht deutsch können Fehler wieder wieder mal ich komme aus Barsten was heißt denn vorgestellte woher Tester Alter ich bin der Tester woher ist nie die Tester ey ich brenne wer hat mich mit der Incentory ich werfe die zurück ich habe zuerst verabschieden sobald COD dieser Skill Granaten fangen und zurückschmeißen ich will deine Musik hier er wird ab 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 so ich habe gerade die Aufnahmen laufen auf ich bin 15 15 15 auch also könnte ich mache ich mache es natürlich nicht ich nehme jetzt gerade mit 207 233 kommt drauf an wo ich hinschaue. Er hat einfach den dicksten. Da kängst du dann. Wer den dicksten? Deine Mutter? Die Musik geht mir nach einer Zeit, die dir auf uns hat. Hat eigentlich einer von euch Breaking Bad geguckt? Ja. Sind da nicht noch alle da? Harry, bist du noch da? Ja. Ja, da kängst du noch da. Oh mein Gott, ich bin in der Feuerwehr. Ja, da kängst du auch noch da. Harry, 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 hau ab, Alter. Wir lassen Abstand, gehen dann vorbei. Ja, alles gut. Hat denn einer von euch The Walking Dead zu Ende geguckt? Ja, auch fünfte Staffel. Ja, fünfte Staffel habe ich jetzt Folge 1 bis 8. Also die, die wir jetzt hier auf Deutschland. Ja, ich bin jetzt bei der siebten Folge, bei Walking Dead. Walking Dead ist echt ne geile Serie, macht echt Bock. Auf jeden Fall. Was ist das denn hier? Benji! So, wer schießt da? Benji hat auf mich geschossen. Benji auf jeden Fall. Ich lasse euch weg. Du hast mich mega gehittet, Alter Benji. Wenn ihr euch weg macht, dann confirmt ihr euch und wer... Komm, wir gehen zum Tester. Wir gehen zum Tester. Ja, und dann machst du mich weg, oder was? Nein, ich schmeiße meine Schrotze weg hier. Ich schmeiße meine Schrotze weg, hab nichts mehr in der Hand. Wieso schießt du mich an, Alter? Ich check das nicht. Benji, dann sag den anderen jetzt aber auf jeden Fall, dass du als Erster geschossen hast. Ja, wirklich versehentlich. So, guck ich. Philipp war Traitor, ich bin confirmed. Ich hab auf eurem auch Philipp geschossen. Ja, Käthe fliegt da von oben. Mega geil. Alter, Harry war unten, Harry war unten. Harry ist unten reingegangen. Wäre ich nicht weggegangen, hätte ich mich zerquetscht, Mann. Nein, das könnte Dark sein. So, ich denn? Ich hab Mittag mit dem Philipp geschossen. Memphis ist unschuldig. Sorry, Memphis. Ich hab gedacht, du wärst der Benji. Schatz im Maul. Ich weiß genau, dass du's bist, Benji. Ich bin's wirklich nicht, Junge. Da hat jemand auf mich geballert. Hey, komm her, du scheiß Sniper. Ich? Komm her. Komm her, du scheiß. Komm her, komm raus. Hey Memphis, was ist eigentlich der weiße Punkt in deinen Aufnahmen? Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich den Videos gucke. Ja, ja, stimmt. Warte mal, hallo, ich schieb mein Mikrofon gerade hin und her. Oh no. Nein, was ist es nicht? Was ist es auch nicht? Oh nein! Eine Punkte! Fisch, hast du meine Lachen. Du bist jetzt, ich hab eh kein Leben mehr. Man hört einfach nur noch, tsch, tsch. Wuschi ist es, ne? Wuschi? Der schießt da, fuck man. Du bist es, oder? Benji, Benji ist es doch. Ich bin's wirklich nicht. Da kann's denn nur Wuschi sein. Ja, gut, ich bin's auch nicht. Achso, jetzt ist es klar, wieder keiner. Ja, schon wieder keiner. Bei uns. Ja so. Na, dem ist Punkte mehr. Boah, das stimmt. Ich bin's einfach mal drauf. Wer ist da hinten? Ja, Wuschi ist es, Wuschi ist es. Nice, Benji, Alter, mit low HP. Mega geil gemacht. Boah, aber mit was hast du mich grad weggeholt, Wuschi? Junge, ich bin einfach... Ich hab dich weggeholt? Ja. Oder war das Harry? Ne, stimmt, Sascha war das, ne? Ja, ich muss sagen, ich hab alles ernst, gleich. Wie viele Unschuldige hast du? Du hast zwei Unschuldige getötet, Sascha, ne? Ja. Mega geil. Boah, Alter, Benji, ich hab dir dann aber trotzdem doch irgendwie vertraut auf einmal. Ich weiß auch nicht. Du hast voll was für sehen. War ich kurz davor, dich wegzuholen, weil du einfach auf mich geschossen hast, voll getroffen hast. Du bist einfach so ein scheiß unruhiger Zeigefinger. Spät ja hier noch Payday. Ja, ich. Payday 2. Welches Level bist du? Ich glaub ich hab, seitdem wir letztens gespielt haben, nicht mehr gespielt. Ich glaub 33 war ich oder so. Payday können wir eigentlich auch mal ne Aufnahmen machen. Jetzt 76, ich bin 76 mittlerweile. Hast du das Diamanten DLCs neueste? Das Dammit heißt, nein. Bombenweins ist das neueste. Es gibt noch einen neuesten. Egal, ich hab das DLC, dann können wir die Mischung spielen. Ge weg, Memphis, ich mag dich nicht. Ich hab hier oben stehen, alles cool. Solang Philipp nicht hochkommt, ist alles super. Ja, ich hab eh alle DLCs, ich bin jetzt so ein böser Mensch. Da wurde einer mit der Silence AWP weggeholt. Wer? Oben. Ich bin bei der... Ich weiß gar nicht wo ich bin. Ist das die Tankstelle? Die Tankstelle hab ich sogar in echt aus Lego. Die hab ich irgendwo noch rumstehen bei mir. Oh Gott, äh. Was ist das? Du mieser Ficker! Ja, Silence AWP, er war's. Ich wusste es. Wer denn? Hier, äh. Ich hab ihn confirmed. Da auch noch. Da. Wer fehlt noch? Das war so klar, dieser kleine. Banshee. War er noch oben auf dem Dach gestanden? Hab ich noch gesehen mit seiner Silence AWP. Hab ich die... Oh, ich hab die aufgehoben, wie geil! Ich bin noch am Leben, falls das jemand gefragt hat. Ja. Ich hab jetzt die Silence AWP. Entweder wuschi oder... Ich hab noch eine Kugel. Ich glaub der Philipp ist es nicht. Ich hab einen Trader weggemacht. Junge, was los? Ich hab einen Schuss mit der Silence AWP. Äh, wuschi? Ja, der lag da gerade da oben. Achso. Auf der Feuerwehr? Ah, da ist einer. Da ist einer. Benji, Benji. Ja. Du läufst da rum und snipers? Mit ner Auge. Ja. Ist auch ne halbe Sniper. Ja. Alles klar. Ich hab noch keinen Schuss damit abgegeben. Abp ist so overpowered, also. Und ich darf damit drum laufen. Oh, wer ist da? Benji? Philipp? Ja. Ja. Findest du nicht die schöne AWP Nicey, wo ich von deinem Trader... Ah, wie? Auch. Von meinem Trader, Kollegen? Ja. Hab ich schön abgenommen. Eine Kugel hab ich noch. Die wird genau in deinem Kopf landen. Weil die anderen zwei tot sind. Willst du dein Karma kaputt machen? Nöööö. Mein Karma ist doch bei 1.000, da hab ich ein bisschen kolster. Ähm, Philipp, Philipp. Wer ist es denn jetzt für dort nochmal? Das wird jeder von uns sein, jetzt, Junge. Wir sind jetzt noch zu 1, 2, 3, 4. Benji, bist du da? Ich bin da. Ja, ich seh. Bist du da? Ja, ich seh ihn. Harib, bist du da? Ja, der ist auch noch da. Ja, ich will Harry hören. Harry? Ja, klar bin ich da. Ja, dann sind wir noch Buschi. GG. Was ist über dein Name? Tricker Happy. Tricker Happy. Geh weg von mir, Harry. Ich bin schon wieder Happy. Pass auf. Ne, ich hab schon zu viele Unschuldige. Ich hab nur unter 800 Karma, das ist kacke. Ja, dann brauchst du Stunden, um uns zu töten. Also der Philipp ist gerade nach unten abgehauen, glaube ich. Nö, ich bin immer noch hier oben. Wer hat das jetzt gesagt, dass ich mehr unabgehauen bin? Ich, weil du gerade hier so weggegangen bist vorhin. Deswegen dachte ich... Ne, Philipp ist hier. Philipp ist nicht unten. Okay. Ich hab ihn gerade vor mir gehabt. Gibt's eigentlich... Ah ja, Dark King war ja schon. Hallo, es ist langweilig. Erschieß dich. Sollen wir dich erschießen? Nein, ihr euch. Achso. Ich hab gerade ein Riff im Visier gehabt. Bench im Visier. Wieso hast du mit dem Visier? Ja, um dich aufzupassen. Alles klar. Wir treffen uns die ganze Zeit, Harry. Dabei will ich hier... Ja, Wushi ist abgehauen. Der ist in Cocktail. Nein, ich beobachte euch die ganze Zeit. Da, Harry. Soll ich jetzt einfach den Schuss wagen, weil es ja nicht langweilig ist? Harry? Für Rdm. Rdm. Ja, ich mein, derjenige, der muss halt mal was machen, der Traitor ist. Bench. Hau ab. Äh, 40 Sekunden noch nimm's vorbei. Da hat er noch keinen getötet hat, gibt's noch keine Nachspielzeit. Und dann ist alles gut. Philipp, Philipp zielt, Philipp zielt. Ja, tu ich auch. Ich überleg mich grad, wen von euch beiden ich als erstes wegmache. Wie, wenn das sich entschieden? Ah, ich glaub Benchie ist es. Komm Benchie, trock mal deine ABP, ich brauch nochmal ein 3 Munitionsmeer. Alles klar. Könnt ihr so langsam laufen, dass so ich einer höre? Mit geduckte, oder? Ne, es geht auch anders. Wie? Ja. Mit alt? Geh weg Benchie. Ah, cool. Geh du doch weg. Bin 40 Sekunden. Das Schwester muss was tun. Weg. So, das Leider hat was getragen. Philipp ist es. Philipp hat auf mich geschossen. Ja, genau. Ich hab immer noch meinen Schuss in der ABP. Tag, ein Schuss. Weg. Oh Benchie. Ich hab ihn weg. Der war so klar. Der ist immer näher zu mir gekommen. Der wollte mich weg. Philipp, hast du die Science AWP gerade oder was? Ja, die hab ich von dem aufgehoben von hier. Von Dark Knight. Er hatte die grad gehabt. Ich hab ihn getötet. Der hat dich weggesnipert. Ja, aber es war doch klar, dass ich erst hier ein Dings wegmachen muss. Memphis. Ja, und deswegen war es ja klar, dass ich dich dann weggemacht habe. Und ich hab dir am Benchie sogar noch einen Plan geschrieben. Ja, aber wir haben uns alle gegenseitig beobachtet. Das wäre sofort aufgefallen. Ja, nein, die alle beiden waren im Keller die ganze Zeit. Gerade ich im Keller. Echt nicht? Einer ist zum Schluss im Keller, aber Harry ist in den Keller gegangen, oder? Ja, aber Philipp hat mich beobachtet. Und wenn ich in den Keller gegangen, dann hätte er ein Dings erschossen. Nee, ich hab er geschrieben. Mach erst Philipp weg, weil er die ganze Zeit geredet hat. Du solltest er ja nicht am Maul halten von dich. Hot. Du musst auch erst mal an so einen ankommen, ne? Philipp, geh weg. Ich glaub, Harry ist es. Harry ist die ganze Zeit im Trader-Menü. Der Bitlo... Ja, er ist es. Harry hat Silent AVP. Gar nicht. Gar nicht. Wo denn? Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Ich hab wieder eine Silent AVP. Hier, Trader. Philipp ist confirmed. Philipp ist auch immer confirmed. Ich hab ihn confirmed. Und ich hab jetzt wieder eine Silent AVP mit einer Kugel. Mega geil, Alter. Ey, Philipp, ich mach mich mal kurz unbewaffnet. Zeig mir mal kurz, wie die aussieht. Nee. Geh weg von mir. Ey, guck mal, ich bin unbewaffnet, Alter. Geh weg von mir. Ich werde dich umbringen. Du kommst jetzt hier an Hombi zu mir. Geh weg von mir. Nein, Mann. Alter, das hörst du doch. Ich werde dich töten. So machen Soldaten auch. Nein, Mann. Zeig mir einfach die Silent AVP, Alter. Zeig mir die doch einfach mal. Ey, ich hab immer noch nicht rausgefunden, wie die aussieht, Mann. Ja, ja. Hier, ich dropp sie dir hin. Hab Spaß damit. Ja, aber die leer ist... Nein, die ist leer. Das ist doch alles cool. Ich hab den Schuss auf ihn verballert. So, und wenn ich die jetzt hier hin schmeiße... Ich kann die immer noch nicht auseinander halten, Alter. Oh Mann, geht beide weg. Benji oder Memphis. Einer von euch ist es. Memphis, du musst ihn mit E aufnehmen. Ach so. Memphis hat seine Jihad-Bombe gekauft, der Held. Ne, genau. Ach, die ist so mega dünn und hat das große Zielfernrohr und die sieht so dünn aus. Okay. Alles klar, cool. Danke. Ich dropp die wieder. Ja, ja. Ne, ich hab das wirklich noch nicht rausgefunden, Philipp, Alter. Ja, ich auch noch nicht. Wer hat so hässliche Hintergrundgeräusche, die Nerven? Entschuldigung. Da trug grad irgendjemand was. Ich glaub Dark King. Ne, das ist meine Playstation. Ach so. Ach so. Was macht deine Playstation für Geräusche, Mann? Wir haben nicht gerolten Geräusche. Ja, das ist so ein neuer integrierter Dreidrehdrucker. Irgendwie so Playstation 5. Ja, das ist GTA 5 auch noch, weiß ich. Wie gesagt. Wuschi? Ja. Leben noch alle sonst? Memphis oder Bungie? Wer hat denn Dark King eigentlich grad getötet? Ich war doch gar nicht. Also hab ich zwei Runden hintereinander reden. Hä? Ja, das ist doch Zufallmodus. Das ist doch egal. Dark King ist ja... Wer hat denn Dark King eigentlich confirmt von euch? Ich. Okay. Oh nein, 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 nein. Ich hab nur Harry. Oh, Memphis zielt mit der Sniper. Und Philips direkt dahinter. Warum sagst du das? Hätte er gestossen, hätte ich ihn sofort ins Gehirn gepräzelt, Alter. Boah, Philips, Alter. Okay. Ich hab Dark gefunden, der war Innocent. Wo war er? Ja, das war ja... Hä, was, der war Innocent? Ja, klar, Harry war ja auch. Wer hat den denn umgelegt, Alter? Der zweite Traitor ist noch da, ne? Nein, ja, der zweite Traitor ist noch da, ist ja logisch. Ich dachte, es war nur noch ein Traitor da. Ich vertraue dir keinem. Ja, die sind beide da, Dark. Ist doch Innocent gewesen. Ja, aber Harry war doch. Ach so. Ist grad irgendwas gedrückt worden. Ja, da hat drücken was ne komische Musik gemacht. Der Tester. Der Tester hier. Ach so, der Tester da drüben, stimmt. Da ist so ne, so ein Durchgang. Weißt du, hat er die Konzerte eigentlich? Ne, da geht, geht bei allen Grünen aus. Okay. Wille? Ach ne, du bist ja Prüven. Wille ist auf jeden Fall Prüven. Ich hätte meinen Silence ABP-Schuss treffen müssen, dann wäre es jetzt zu schneller vorbei. Du bist ja so ein kleines Kiddy. Wer ist denn jetzt da grad raus? Irgendjemand hat gelieft. Der Harry. Warum hat Harry gelieft? Hat keinen Bock mehr auf uns. Nur weil... Oh, lol. Und er sagt... Alles klar. Ja, dann sind wir in der nächsten Runde keine fünf Traitor mehr. Halt das alles für den Arsch. Können wir fünf Traitor wären, dann wäre die Runde ziemlich langweilig. Oh, oh, auf mich. Hier, unter mir, unter mir. Ja, Benji! Ja, man, Benji ist es. Ja, man, Benji ist es. Boah, es war schwerfacht, den Xbox-Controller auf die PS3 wieder auf uns zu strengen. Das war nix. Benji, das war einfach überhaupt nix. Gebe ich ihm eine mit. Alter, Mann, die ganzen Tische hier oben, die sind so richtige Todesfall. Was? Sorry, es ist grad so lustig. Ich stand die ganze Zeit hinter dir. Boah, ich brauch doch gar einen Lerf. Aus dem M-Fest, den mag ich. Mega witzig. Aber wie schon wieder vom Harry jetzt die Silence, Altea. Ne, letzte Runde ist meine. Ist das okay? Ja, und die sind wohl der Harrys. Oh, schuld. Boah, ich hab's echt nicht gemerkt, ey. Boah, ich hasse den Mikrofonarm. Warum ist Harry jetzt gegangen, ey? Es war ein Mist. War bestimmt sauer, dass ich seine AWP abgezogen hab. Ja. Ja, der kommt bestimmt gleich. Der ist komplett ins Team offline. Vielleicht hat er nur nen Verbindungsfehler. Ja, ja. Der wär's ja nicht, der wär's ja connection lost. Wahrscheinlich grad irgendwie. Ach, keine Ahnung. Irgendwas wird schon sein. Keine Ahnung, ein Mitbewohner gestorben. Nein. Wohnt du in der WG oder was? Ja, Mann. Wie die meisten Studenten. Ich nicht. Ich bin Penner. Ich wohne unter der Brücke. Benji und ich sind Traitor. Ja, wie immer, wie immer. Auf mich wurde jetzt schon geschossen von Wuxi. Das war nicht ich. Ich hab dich geschossen. Irgendwann auf mich geschossen? Ja. Das war nicht ich. Nee, das hätt ich gehört. Philipp es hört. Von da hinten. Ja, Wuxi. Wuxi, Wuxi ist da noch. Wuxi ist nicht. Da ist grad noch ein Schuss gefallen, Alter. Ja. Alter. Das kam von da hinten. Das kam von da hinten. Ja, er war Traitor. Ich bin schon. Nice. Mega geil, Alter. Ey, wer hat denn hier... Halt's Maul, Philipp. Ich hab ihn umgelegt, du Wichse. Ey, ha... Ich schau nach. Ja, welchen war für... Hier ist... Von wo, Alter? Wer... Shotgun, ich hab ihn. Ja, ohne Scheiß, ihr habt Benji umgelegt. Dark King, Alter. Warst du das mit der GSG3? Ja. Ich hab die immer noch in der Hand. Warst du, Alter, ohne Scheiß? Du hast ihn gekillt, Alter. Tötet euch. Nur noch, wie weit ihr lebt. Alle anderen sind, äh, confirmed. Schaut nach. Memphis. Tötet euch. Memphis ist schon tot. Memphis ist schon tot. Scheiß, jetzt bin nur noch ich und du. Was? Wo bist du, du kleine Missgeburt? Ich seh dich nicht. Bei dir. Bei deiner Mutter gerade oben. Deswegen bringt sie auch kein Essen. Wenn der Silence AWP rumlaufe, ist es ungesund. Jop. Ich war tot und lappen. Ja, du dachst auch nix sagen, wenn du tot bist. Selbst schuld. Das ist ganz schön nach hinten losgegangen, Alter. Mein Mensch stand die ganze Zeit neben mir. Und er sagte auch so, ja, ich bin sicher, ich bin sicher. Und ich sagte so, ja, kann er ja nicht sein. Ja, ich hab Menschen bei mir geglaubt. Ich wusste, dass ihr bei der Zeit seid. Deswegen hab ich auf der Event Bandium gelegt. Krasse Aktion. Ich hab den umgelegt. Ich hab den umgelegt. Na, ich hab den umgelegt. Frag doch Memphis. Aber Banshee war ja unschuldig. Ja, Banshee war unschuldig. Es war Wusch. Ja, ja. Banshee war doch unschuldig. Was? Ich hab das nur am Anfang zum Spaß gesagt. So. Das hat funktioniert, Alter. Mega geil. Ich dachte, Banshee ist das gewesen. Nein. Ich sag jetzt demnächst mal, weil ich Traitor bin, mit wem ich bin. Einfach so, das zu fahren. Alles klar. Wusch und Banshee. Wusch und Banshee. Wusch und Banshee. Wusch und Banshee. Hey, warum kann ich... Ich kann schon wieder keine Muni aufheben. Woh, Banshee, 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 Banshee. Muss ich mal gucken. Der Film ist cool. Das hat richtig Bock gemacht, finde ich Multiplayer. Das war echt geil. Ich will eigentlich den ersten hier im Koop-Lessplaner, aber ich find keine Leute. Benji, Benji. Du weißt, ich hab ne AUG, die mach ich fertig. Du hast keine Chance. Ja. Das heilens AWP ist einfach so übertrieben geil. Oh, der hat keine Musik. Wuschi, 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 Wuschi. Mit der Schrotze. Boah. Das war der Wuschi, glaub ich. Da ist er, da ist er. Da ist er. Ne, das ist Philipp, den mag ich nicht. Der da ist er. Oh, Dark King, Dark King. Wo, 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 wo. Warte kurz, mach mal nach lange. Mach mal kurz Pause, Pinkelpause. Wo ist der Memphis? Wo ist der Memphis? Ansagen. Nein! Hä? Wot, alter. Wo bist du, wo... Alter, warum sagt ihr nichts? Ihr wart doch beim Kildmaus. Ich hab euch doch erwischt hier drin. Aua. Lol. Haff ihn! Loll, ich verbrenne! Nein. Wunderschön, alter. Ich bin ihm gestorben. Ja, ich bin, aber ich hab dir einen Headshot doch davor gedrückt. Aber auch sehr egal, wie du mit der Schrotze da reingerannt bist. Das war schon ziemlich episch. Also, bam. Ich komm einfach mit der AUG reingerannt. Oh, ich hab noch 2% Damage weniger. Du hast mir halt vorher echt mega einen mitgegeben. So ist das schon scheiße. Ich hab 40% weniger Damage. Was? Alter, du bist auf 696. Alter, du bist auf 696. Alter, du bist auf 696. Ich war mir so sicher, dass Memphis das ist. Na, King. Du weißt, weil das wird hier nicht auf uns selber resetet. Das wird für immer gespeichert. Ja, ja. Das haben wir echt eingestellt. Das ist mega geil. Für deine nächsten Spielen viel Spaß. Du startest immer mit deinen Karma. Du musst erstmal ganz, ganz vorsichtig spielen. Ja. Aber, aber verdammt vorsichtig. Ach nö, schon wieder Innocent. Ja, sag ich's ihm. Ey, Harry Hansen spielt wieder Gary's Mod bei mir. Ja, Harry. Ach, der ist auch wieder im TS? Ja, der hat mich rausgeflogen. Der hat mich rausgeflogen. Ja, der hat mich rausgeflogen. Also, Deutsch ist hier heute richtig gut. Ja, hier wieder Hauptjuli. Oh, wer ist denn da? Dart Knight. Steht da unter deinem Namen. Trigger Happy. Ist das ein Kunde, direkt um dich rauszuschießen? Los, ich war noch ganz zu spät, du mieser Wichser. Wo, 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 wo? Ach, halt zum Maul. Du bist mein Tracer-Kollege. Wo schieß der letzte? Ja, von wegen. Ach, halt zum Maul. Oh, hier liegt der Benji. Tja. Moment, ist das Wasser. Ich glaube, ich traf immer Radar. Ich glaube, ich traf immer Radar. Wusch, die sind beim Eingang nach unten. Ja, hoffentlich macht er dich weg, alter Scheiß-Strake. Nice. Ist er weg. Pass. Schade. Seid ihr gerade alle gestorben so schnell, alter. Eingauks-Karma. Benji habe ich direkt mit der Silent-Up in eine Kugel reingehaut, direkt da nach dir. Und das war locker zu spät von dir. Ja. Ja, aber du gerade nur stirbst und sagst erst mal Memphis, du Fickse. Als du tot bist. Ich verlaufe mich 900. Hä, mein Karma macht doch ein bisschen. Ja, ich habe 700 schon mal wieder. Ich muss langsam aufbessern. Komm, 900 Rater runter, nimm noch eine und dann bin ich wieder hoch. Junge, Junge. Ist aber nur noch eine Runde. Das ist scheiße. Ah, Harry schlägt hier rum. Direkt wegmachen. Ja, aufgary gibt's gar nichts. Ach. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher als Harry, ist es. Harry ist alles, k-lust. Ja, mach' ihn weg. Da sind alle zufrieden damit. Ja, aber dann auch direkt konfirmend. Und wenn du, dann, dann mach' ich dich weg. Ne, dann kannst du für den letzten Schuss, Manu. ja jetzt macht das den konzern alter konzern auch okay ich habe alle gesagt ist es okay mit der pizza machen die bucke an ohne pizza philipp philipp du bist es werde ich lasse mich konzern philipp ist noch da ich habe es auch alle aus hier alter wer war es jetzt eigentlich denn ich weiß gar nicht wer es noch ist, ja? Und dass sie wieder nichts machen müssen, eigentlich. Okay, äh... Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.